Halt mal fest, wenn ich gleich hier rumzappel, dann musst du so ein bisschen schräg machen, okay? Ja, nicht so hart, das ist so. Was sollen wir jetzt machen, Schäffchen? Einen roten Balken. Den Kontrast runter. Vieles ab. Tom, wo fahren wir denn hin? AWT. Jawoll. Ach du meine Güte. 28 Millimeter weit, Fischauge, Sonnentrille. Kurzes Statement zum Trip. Oh Junge, fühlt ihn auch mal. Kurzes Statement zum Trip. Super. Very nice, yes. Yes, yes. Mula Baloo, Mula Baloo. Wer ist immer freu und fein, der Huni, Huni, waww, Huni, waww. Fink deine Hünis heute hier. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Hallo, Samar. Hey. Tom, bist du schon gehypt? Ja, wir haben hier unkommbar fahren. Jawoll. Hallo. Statement zur Sachlage. Wir sind zum Auto und sind hoffentlich bald da. Die Damen und Herren, das ist Ehrhals. Das ist an. Ja, ich hab. Ich hab. Berge hoch, See tief. Lars, ist die mir hier richtig? Also in Betten, ist das die richtige Adresse? 1748. Was, 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 was halten Sie von der Kuh? Na, geil. Ja. Mut? Nee. Gute. Gute. Wie geht's euch? Ja. Ja. Wie ist die Luft da oben? Ach, genau so wie Jona. Sei ein guter Wurst. Wie die Luft ist. 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 Wir laufen zur Heine-Klopfer-Ski-Blog-Schanze. Das ist schön. Ja. Tom, Tom. Jo. Schmeckt's, Tom. Tom. Tom, wir haben ein Stück zu laufen, oder? Tom. Tom. Oder Tom? Tom. Tom. Ja, Tom hat's geschmeckt. Tom. 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 Tom ist auch dabei. Tom. Bulli. Was dann? Was gibt's da noch abends zu essen? Köttbullar. Was, was ist das? Hackfällchen. Bulli. Was dann? Klaune Frikadelle. Klaune Frikadelle. Mit Kartoffelbrei. Und Soos. 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 Was ist Soos? Was ist Soos? Was ist Soos? Töne Frikadelle. Der Ruderpilz. Uli. Klaune Frikadelle. Uli. Klaune Frikadelle. Der Besen bricht. Oh wow. Sieht gut aus. Kartoffelbrei. Das ist halt ein Kartoffelbrei und kein Kartoffelstampf. Das Wort zum Sonntag.